Hallo liebe Leute, heute geht's weiter mit Pokémon Shake. Wir wollen heute tatsächlich noch mal den Pteros vorderen. Eine kleine Umstellung hat es gemacht, ich habe zwei Umstellungen gemacht. Zwar habe ich meinen Tecras rausgekommen und habe einen Skaladora reingefahren. Ich habe mir noch was war damals vom Weg gefangen. Und ich habe mir einen Tierscorer gefahren, als wir damals zu viel Adragi weiterentwickelt. Was ich dann für das ganze geeignet habe. So, mit folgenden Attacke, die zwei Tecraschere und Zwar war knirschhaft. Gut, wir sehen uns erneut, wir wollen den Tempest mal schlagen. Und ich habe den Bein an diesem Level angezogen. Schauen wir mal, ob ihr diesmal auf die Reihe bekommt oder haben wir wieder zu öffnen. So. Ich habe mir so den ausverkauft, aber sagen wir mal, dass ich noch nie habe. Das liegt daran, dass alle wissen, was sie vor drei Tagen geleistet haben. Also in den Hals gefangen, die sind die der beiden Regionen dieses Jahr. Das aneinander seit, äh, der Seite gelegen, deren Pokémon-Taktion, 200-Zter gekämpft. Und das macht sich aber auch schlecht mit dem Helden und brav mit dem Gegner. Ich habe sie gedeckt, dann voll ist das alles fest. Das ist eine Leiste für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, herausgegentlich zu gewinnen, weil es die ultime aktive Beweise als ganz alt ist, dann los. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte von aller Regionen eingehen wird. Oder besser, wirfern wir einen Kampf, der die Zukunft gar alles immer fängern wird. Also es ist nicht, ich bin es. Ja, trotzdem hat unser Ziel in den Hals gefangen. Jetzt haben wir uns dazu versucht, wir haben die gleiche Schulter genommen. Wir sind jetzt in der Zwischenstellung. Schauen wir mal, was das mal hinkriegt. Vedammt. Wir haben alle Kabel, in der Zwischenbemel sind unsere Kabel hier noch. Es ist nichts, aber die Kabel. Wir haben alle Kabel, die Kabel. Ich bin jetzt in der Zwischenbremse. In der Zwischenbremse der Kabel. Okay. Es ist auch immer noch. Wir haben uns da hier in die Kabel. Ja, ich bin auch immer noch. Wir sind da das, wenn ich jetzt drüben. Ich hoffe, dass wir jetzt hier hinbekommen. Und wir haben jetzt mal einen Ausschuss, wie wir uns ein kündigen. Ich glaube, der wird ja so genau wühmbelst. Das ist ein Schwer, ich habe ein Bruder hier. Jetzt liegt es eine dritte Rolle. Jetzt kommt ihr mal ein Schwer, ein Schwer. Also wenn ich jetzt die Schwerh-Gamer hier habe. Hier haben wir schon wieder so gute Mäste. Das ist auch noch eine Schwerh-Gamer. Das ist auch noch eine myglappe. Also jetzt wenn wir jetzt einfach nicht. Huh? Das ist so. Was ist das? Jetzt haben wir hier noch ein Nauganschein. Ach, ich kann sie nicht. Und wir haben heute noch ein bisschen Platz. Ah, wunderbar. Ich habe gedacht, dass wir hier sind. Wir sehen uns nicht, dass wir hier unten sind. so ok ich Ja, der könnte es nicht hin sonst, der Chef. Geht nicht, geht nicht mehr. Ja, das ist ja so, dass ich jetzt nicht mehr zurückkehre. Oh, das ist geil, das ist, ne? Ich glaube, das ist ein Dramat, das ist ein Dramat. Oh, das ist ein Dramat. Und jetzt geht's! Jetzt geht's! Ich bin jetzt hier! Nein! Das war der Bildreis. Jetzt ist es ein Stadion. Ich vermute, dass er das vorliegt. Was ist das? Was ist das? Mit der Bildreis? Was ist das? 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 Wheb ich? Wann? Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Nein, das ist ja... Ich hab jetzt verwacht, ich hab jetzt verwacht, ich hab jetzt heute schon nichts mit... Mit der Fonke, mit der Fonke, mit der Fonke. Mit der Fonke, mit der Fonke, mit der Fonke, mit der Fonke. Mit der Fonke, mit der Fonke. Mit der Fonke, mit der Fonke, mit der Fonke. Mit der Fonke, mit der Fonke, mit der Fonke. Das habe ich nicht mehr für Jumbo gemacht. Also die Anvolllade, Jumbo, Jumbo. Es verlebt es. Es ist ohne. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt kann das ihr mögen hier. Dann kann man von hier mit einstein wie this. Damit gehe ich weiter. Chosex hat, weil ich dieses bis dahin hingebebe can. Juhl auch Lonker etwas runtergrüßt. So. Das ist eine deinektur. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier nicht meine anderen Seite nehme. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr die Schmerzen habe. Ich habe die Schmerzen habe, dass das Spiel auch nicht mehr verschenkt. Ich habe das Spiel auch nicht mehr über die Finger. Aber ich kann das nicht mehr so gut ausgehen. Das ist ein Dachverdiener. Das ist die Weg, den der Löwe ist. Oh ja. Das ist ein Tief, das ist ein Tief, das ist ein Tief. Das ist ein Tief. Das ist das Spiel. es ist gerade Ja, 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 ja. Der könnte sich jetzt die Kale nicht mehr ganz kommen. Und die sind die Kale nicht mehr raus. Also, die sind die Kale nicht mehr raus. Also, die sind die Kale nicht mehr raus. Okay, da ich noch mal. Ja, ja. Das ist schon vollständig. Der Flora! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Danke für die beste Kenntnis. Na komm. Das ist geschafft in ihm auch noch ein Kind. Werter tut ihn mir an. Ich würde ihn an 17.000 Satz in ihm auch noch etwas mehr. Dafür sei es gefeiert werden. Jetzt sei diese Stadt geworden, jetzt ist es meine Zeit. Hier wird die Dinger mit Glück auf den Off-Lock-Kommunikanten verbessert. Das spricht mehr, dass ihr so weiter lasst. Körpernicht. Körpernicht. Ihr könnt sich auch nach seinen eigenen Wünschen gestalten. Der Wunder von Gala ist gerade alle Zeuge der Geburt in der neuen Liedsendung. Der Wunder von Gala ist in der neuen Liedsendung. Hat sich was gelöst? Das ist schön. Das ist gleich jetzt wieder nach der neuen Liedsendung. Alles ist wieder gut. Das ist gespannt, was wir in der Zeugung des Wurzeln machen. So, und jetzt kommen die Kredos. Damit war es ein Wunder von Gala. Danach geht es wieder weiter. Dachstattel. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Jo, da sind wir wieder. Und jetzt bin ich wieder raus. Bis dann.